Hey Freunde der Darken Souls, herzlich willkommen hier beim dritten Teil. Nicht wundern, ich bin immer wenn die Wolken weggehen, ein bisschen überbelichtet, aber ich sag mir mal ein bisschen überbelichtet ist besser als ein bisschen unterbelichtet. Deswegen, ja, ich war jetzt auf dem Kanal, kamen jetzt ein paar Tage tatsächlich, ich glaub fast eine Woche, kein Dark Souls. Warum, wieso, weshalb? Ich hänge an allen Fronten. Ich hänge an allen Fronten. Heute soll es aber definitiv weitergehen. Denn wir haben ein paar Sachen, die wir auch so erledigen können. Und zwar wurde mir gesagt, und das würde ich gerne mal mit euch zusammen ausprobieren, ich soll mal nochmal hier nach oben gehen. Denn es gibt da wohl mal wieder eine kaputte Wand. Eine kaputte Wand, beziehungsweise eine Wand, die man kaputt machen kann, die ich natürlich übersehen habe. Deswegen wollen wir das mal ausprobieren. Und zwar soll das, ähm, hier unten gleich sein. Alter, die Sounds sind richtig geil, ne? So. Und zwar. Und zwar... Latschen wir jetzt einfach durch. Und zwar ja hier hinten, in dieser Sackgasse, die wir ja schon des Öfteren gesehen haben. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Und zwar. Du weißt bloß nicht, wo. Ah. Okay. So. Was gibt es hier? Warum soll ich hier hin? Da ist was. Eine Glut. Wehe, du hast mich hier wegen einer Glut hergeschickt. Wie geht es noch draußen weiter? Ja, mir wurde nur gesagt, ein Rüstungsgegenstand bzw. ein Ausrüstungsgegenstand. Ich gehe fast von einem Ring aus. Oder irgendwas. Obwohl, wir haben ja schon ziemlich gute Ringe. Ring der Gunst 3 haben wir. Chlorantiering. Wäre halt. Weißt du was? Ich habe Bock auf einen Bossfight jetzt. Ich habe nicht das Gefühl, dass da in dem Raum tatsächlich irgendwie großartig noch was zu finden ist. Obwohl da natürlich... Ist natürlich schon offensichtlich, ne? Mit einer durchgehenden Wand, da ist eigentlich immer was hinter. Zumindest haben wir eine Glut. Ich gucke mich hier nochmal genau um. Ob hier wirklich nur... Ich will gerade sagen, Alter, wo ist er denn? Weil jetzt waren ja immer zwei. Sklavenritter, geil. Geil. Das ist der Typ, der uns auch die ganze Zeit sagt, wo wir lang sollen. Gut, dann gehen wir so nochmal runter. Mir wurde der Tipp gegeben, ich soll als Ersten den Dude killen, der Feuer speit. Weil beim letzten Mal haben wir es ja genau andersrum gemacht. Ich hoffe, meine Friends kommen auch mit. Ich hoffe, es geht darum, wie es diesem Thema schblickt. Sehr gut. Okay, ich bin ein bisschen konzentriert, sorry. Warte mal, das ist der falsche. Was? Warum war das denn, aber jetzt mal ehrlich, warum war das denn auf einmal der andere? Wir haben noch angefangen auf den einzuschlagen, so wie ich es mitbekommen habe. Egal, manche Sachen übersteigen, einfach mein Denkvermögen. So, holen wir uns Geil und holen wir uns Nappel oder wie er heißt. Und dann gehen wir doch nochmal runter. Ja, und zwar wurde mir gesagt, wenn du erst den besiegst und dann den, das ist so wie bei Schornstein und Smog. So, eigentlich soll man hier vorne runter verstehen. So, eigentlich soll man hier sein. So, eigentlich soll man hier sein. Dann gehen wir mal vor. So, einfach... ...stkum은 mir nehmen werde ich mal wieder. Also, das ist doch... Okay. Okay, ich will nur mal sagen, dass wir ihn nicht gewechselt haben. Aber jetzt ist auf einmal der eine der Feuertyp und der andere der Gifttyp. Oh shit. Ach, die wechseln? Na, das ist ja angenehm. Oh shit. Autsch. Hast du gesehen, dass mein Typ getreten hat? Er hat getreten. So Leute, dann zeigt mal was ihr könnt. Also für mich ist es immer derselbe. So. 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 So ein Stück haben wir ihn abgezogen. So ein Stück. So. 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 Jetzt geht es wieder los Leute Jetzt geht es wieder los Jetzt geht es wieder los Ich mache das jetzt alleine Ich gehe da hin und dann haue ich den aufs Maul Ich gehe da hin und dann haue ich den aufs Maul Ich würde gerne wissen, wie man das alleine machen soll Ich gehe da hin und dann habe ich den aufs Maul Das ist... Da ist er mal angeschlagen, kann ich auch nicht ausnutzen, weil der andere noch daneben hängt. Okay. Okay. Okay, ein bisschen Oster. Okay. 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 Ok, wenn er den Laserstrahl macht, ist das meine beste Möglichkeit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Holy shit. Nein du Fotze! Holy shit. Sorry. Alter wie gut wir das gemacht haben. Werds mal ehrlich. Das war richtig gut. Das war glaube ich der beste Versuch den wir bis jetzt hatten. Hm. Hm. Das war glaube ich. Das war glaube ich. Ich muss ihn halt erstmal einen tot kriegen. Nein. Nein. Ich vergif doch den Scheiß. Das kostet mich zu viel Leben einfach. Das war glaube ich. Nein du. Ich glaube nicht. Pretty gut. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Heilt Vergiftung. Aber es heilt ja nicht Vergiftung. Das ist ja das Problem, was ich habe immer. Es heilt ja nicht Vergiftung. Wir haben noch so viel zu erledigen, Alter. Wir haben hier noch den Typen. Wir können noch im Schneefeld. Dann haben wir noch den Endgegner von Dark Souls 3. Dann haben wir noch... Da wurde mir gesagt, hinter Orcelot war das, was ich gesucht habe. Und jetzt noch ein bisschen, wo Orcelot war. Das war hier, ne? Die Wächter des Abgrunds... Mir sagen die ganzen Bilder, sagen mir halt gar nichts. Also ein paar Bilder, klar. Da war ich sie sofort. Aber Orcelot war doch in Irritä, bin ich zumindest der Meinung. Sullivan. Arno Londo. Ne. Das ist die Drachentöterrüstung. Der Drachenhort. Burg Lothric. Große Archiv. Die Zwillingsprinzen. Ich habe keinen Plan mehr, wo das war, ne? Also wie das heißt. Oder wo genau das war. Wir suchen nämlich... Dieses eine Teil, wo wir den Drachenkörperstein bekommen haben. Da hängen ja total viele und haben so eine Gebetspose. Und da soll man auch so eine Gebetspose machen. Die wir nämlich hinter... Hinter... Ocelot bekommen haben. Da haben wir ja so eine Gebetspose bekommen. Und haben uns noch gefragt, warum haben wir jetzt so eine Gebetspose bekommen? Und die brauchst du halt an der Stelle. Aber die ganzen Bilder hier... Sagen mir gar nichts. Nicht mal entfernt. Ich weiß nicht mal, wo das ist. Ja, aus der Erinnerung raus. Ich habe... Nicht den leisesten Schimmer. Und was Ding ist... Ja, okay. Wir haben noch eine Minute. Ich würde sagen... Wisst ihr was? Ich gucke einfach... Online... Wo das war. Und dann in der nächsten Folge sehen wir uns hier wieder. Dann gehen wir da mal hin. Schauen, was wir da nicht erreichen können. Und dann haben wir... Ja, vier Baustellen. Geil, oder? Leute, wie es hier weitergeht. Ich bin aber zuversichtlich, dass wir den Dämonenprinzen... Wir werden den im Alleingang machen. Für uns der Vorteil ist halt, dass wir dann mehr Schaden machen. Beziehungsweise weil er weniger Leben hat, als wenn wir da jetzt mit einem Helferlein reingehen. Das war ja schon seit Dark Souls 1 so das Problem. Wenn du dir Hilfe holst, halten die Gegner mehr aus. Einfach damit es fair bleibt. Na, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Oh shit. Ich... Ich... Ich häng ein bisschen fest. Buh. Ich häng ein bisschen fest.